Wir wurden mit außergewöhnlichen Kräften geboren. Fähigkeiten. Die nächste Stufe in der menschlichen Evolution. Doch ist die Zukunft wirklich vorausbestimmt? Oder können wir unser Schicksal enden? Also, ich erwache in meinem jüngeren Körper und dann was? Nur gemeinsam können wir diesen Krieg beenden. Sei geduldig mit mir. Geduld ist nicht gerade meine Stärke. Oh, Verzeihung, waren Sie fertig?